Ich lebe seit über zehn Jahren hier im Reuterkiez. Viele haben Angst davor, ihre Wohnungen zu verlieren oder dass ihre Miete steigt, weil immer mehr private Immobilienkonzernen hier ganze Straßenzüge aufkaufen. Aber es regt sich Widerstand. Die Linke unterstützt diese Proteste, ist Teil davon und wir kämpfen für den maximalen Erfolg des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Pro Enteignung. Denn Enteignung ist die halbe Miete. Die Linke ist die einzige Partei, die für einen Mietendeckel auf Bundesebene kämpft, für die Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne und für kommunalen preiswerten Wohnungsneubau. Mein Name ist Luzi Redler. Ich kandidiere hier als Aktivistin, als Sozialistin im Reuterkiez und möchte ins Abgeordnetenhaus einziehen, um eure Proteste, eure Belange bekannt zu machen. Dafür brauche ich eure Unterstützung, eure Stimme. Lasst uns gemeinsam aktiv werden. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.